Es sich wärmt, denn Es sich hat natürlich wahnsinnige Fülle im Körper drin und macht so richtig schönes Wohlgefühl. Der Doktorenhof ist schon spannend, denn wir sind auf der einen Seite sehr alt, traditionell, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch wahnsinnig modern. Die alten Fässer und die modernen Geschichten, die man zu den alten Traditionen dazu bringt, das ist natürlich schon was Wichtiges. Ich liebe meine Erwitt, ich liebe meine Erwitt wirklich von ganzem Herzen, weil es eine alte Erwitt ist, weil ich weiss, da ist mein Grossvater drin, meine Grossmutter drin, mein Urgrossvater drin und gleichzeitig weiss ich auch, dass meine Tochter dieses weiterführt im gleichen Bewusstsein und das inspiriert uns alle in der Familie. Wir sind alle leicht, essig, säuerlich, beliebt, ja, für uns, wir machen das einfach gern. Mein Name ist Wiedemann Georg, in der Pfalz Schörsch und ich bin Essigmacher im Doktorenhof in Pfeningen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020